Schönen guten Tag Herr Rausch von der Firma Noxum aus Würzburg. Sie sind hier auch Aussteller am Hotspot Professional and Scientific Information. Erzählen Sie mir doch ein bisschen was über Ihr Unternehmen. Ja, wir sind ein Softwarehersteller, wir sind als IT-Dienstleister für Verlage unter anderem tätig. Es geht eben darum, Content heute zu erstellen und auch zu verteilen, zu publizieren, zu vermarkten. Und da unterstützen wir also Verlage mit Erstellen von solchen Plattformen, Webseiten, Shops. Was genau bieten Sie an oder was ist so Ihr Spezialgebiet von Noxum? Im Prinzip bieten wir natürlich die Lösung, die IT-Lösung an. Einher geht natürlich das Consulting. Für E-Books? Im Prinzip geht es um Paid Content. Ob das dann als E-Book oder als PDF oder als generiertes PDF stattfindet, das ist dann vom Kunden abhängig. Und mit welchen Kunden arbeiten Sie so zusammen oder mit welchen Verlagen sprechen Sie hier oder wen suchen Sie hier als Kunden? Im Prinzip haben wir zwei große Verlage als Kunden. Das ist einmal die Stiftung Warentest und deren Portal Test.de. Da sind wir also quasi verantwortlich für die gesamte Online-Content-Vermarktung und zwar die IT-Dienstleistung dazu. Und zum anderen der Walter-de-Greuter-Verlag, mit dem wir quasi so Psyrembel oder die Enzyklopädie of the Bible, das ist ein Werk, wo tausend Autoren dran sitzen und die brauchen natürlich entsprechende Erfassungsmasken und damit der ganze Content natürlich prozesssicher eingesammelt wird. Da machen wir die Lösung. Sind Sie zum ersten Mal am Hotspot oder waren Sie auch letztes Jahr schon da? Dieses Jahr sind wir zum ersten Mal hier. Was ist Ihr Eindruck? Ja, es ist schon eine ganz interessante Stelle hier natürlich, weil wir direkt neben den entsprechenden STM-Verlagen sitzen und da auch entsprechende Herstellungsleiter zum Beispiel treffen. Herzlichen Dank, Herr Raut.